Halten trinken. Wo ist der Hase? Taschenlampen an. Ach, da liegt er. Halten tragen, bitte. Nein, falsche. Gedanken und reuten. Er läuft ja schon mal. Super. Ah, kaputt. Repair. Ja, diese Schnellauswahlknöpfe hier unten, die funktionieren irgendwie leider nicht. Ist aber egal. Wir können uns ja durch die Gegend klicken. Ich komme mal schnell zurück. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist ja zum Glück nur ein Regenschauer, ne? Ah, verdammt. Unser Lagerfeuer ist nicht geschützt genug. Ja, es geht kaputt, ne? Ja, es geht aus. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Die Frage ist immer, auch die Kisten, die werden kaputt gehen, ne? Haltbarkeit 100 Prozent. Also für Holz, ähm, Bauelemente müsste ich Level 5 freischalten. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir bis dorthin warten und dann aus Holz eine kleine Hütte bauen. Weil bis wir auf Stein kommen, dauert es wirklich noch zu lang. Ja, aber ich würde tatsächlich mal ein bisschen Piano machen. Weil ich bin jetzt schon Stufe 3. Und wenn wir tatsächlich uns darauf fokussieren, abzubauen und wirklich zu grinden bis Stufe 10, dann können wir die besseren Sachen freischalten. Äh, Stein, äh, Steinbau-Dings ist erst ab Stufe 15. Und du weißt, wir brauchen für die Steinbauweise echt, das ist richtig teuer, ne? Da brauchen wir schon Eisen und alles für. Also Nägel und sowas halt alles. Ja, du hast recht, auch die, die besseren Holzböden sind. Du hast recht, vollkommen richtig. Ne, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen auf Holz, äh, gehen. Ja, aber die Rüstung würde ich auslassen, ne? Ja, die Rüstung können wir gerne auslassen. Ja, ja. Aber trotzdem müssen wir warten bis Stufe 5, dass wir Holz freistalten können. Weil Stroh will ich absolut nicht. Nein, Stroh machen wir nicht. Nein, nein. Okay, okay. Brauchst du noch Pfeile? Äh, I don't know. Ja, danke Schultern, sehr schön. Erhälte Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen eines Tierkadavers. Okay, plus 5% Bewegungsgeschwindigkeit beim Tragen eines Tieres. Super, das finde ich schon mal geil. Das ist gut. Das ist halt so, äh, haben wir einen Skillpunkt? Ne, ist leider voll. Ähm, für den zu skillen, müssen wir erst noch dies mitskillen, glaube ich, war es. Weil die sich sonst nicht freischalten. Aber das finden wir dann nachher nochmal raus. So, pass auf. Ich stell mich mal hier in die Höhle rein. Hilft die was? Es gibt doch irgendwo eine Stelle, wo sie bestimmt funktioniert. Ja, guck hier. Hier hinten. Da hab ich Schalter. Ja, warte kurz. Ich mach die gleich frei. So, Schalter. Ja, ja, hier hab ich. Ja, sie hat mich da einfach rausgedrängt. Ah, echt? Scheiße. Ja, ist nicht schlimm. Bleib drin, bleib drin. Okay. Ist ja okay. Aber ich hab das Gefühl, wenn man trotzdem drin bleibt... Ist trotzdem ein bisschen besser, ne? Hast du noch? Okay, perfekt. Ja, ich hab noch, ich hab noch. Super. Ja, da sieht man schon, wie die Sachen Schaden kriegen. Wie die Schaden kriegen, ja, ja. Ja, also wir müssen gucken, da mal Level 5 und dann würde ich sagen, dann übernehme ich diesmal das Bauen und du machst die andere Sachen. Oder willst du auch bauen? Mir egal. Ja, weil wir können ja beide bauen. Da musst du es nur selbst auch freischalten. Ne, du kannst ruhig bauen. Das ist in Ordnung. Bau du. Und ich mach halt Kräuterkunde, Anpflanzen, Landwirtschaft und solche Sachen. Ja. Aber dann bräuchte man ja tatsächlich auch den Bauhammer, ne? Yep. Bin skillig dann schon mal direkt. So. Müssen ein bisschen die Zeit absetzen, Leute, ne? So, Typ sortieren. Was haben wir denn hier drin? Die können wir reinpacken. Die können wir reinpacken. Die Kollegen können da rein. Die Fasern hat die Sarah. Dann hab ich ja ein Lederkann noch da rein. Wir sollten vielleicht die tierischen Sachen hier rausnehmen. Was lassen die hier stehen? Pack die hier rein. Und wir erstellen uns direkt mal einen Hammer. Steine brauch ich. Als ob. Als ob. Super. Weil da kann man ein bisschen gegenwirken. Nicht, dass das Wetter uns die Sachen kaputt macht. Weil das ist ja blöd, wenn so eine Kiste gesprengt wird. Ist jetzt nicht so dramatico, aber... Ja, aber das wär schon blöd. Ja. Ja, 42. Wär halt einfach blöd, ne? Der D ist noch ganz. Guck mal, was die schon gelitten haben, ne? Aber klar. Ja. Braucht'n Unterkunft. Willst du auch einen Hammer? Ähm, ja, doch. Kannst du mir gerne schon machen, ja. Liegt auf den Boden. Super. Ich hab'n nur ein bisschen angehaut, ne? Ach so, ach so. Das heißt, ich mach' die Reparation, oder wat? Ja, ja. Aber guck, haben wir super geschafft. Hast du da ne Fackel? Doch, doch. Hab' ich. Super. Guck mal, Leute. Wie er die... Da hat... Ganz elegant, würde ich mal behaupten, ne? Also, naja, ich würd' sie nicht so tragen. Aber ist okay, ist okay, ne? Also, jeder sein Hobby. So, wir sehen wirklich gar nichts. Das ist halt so ein bisschen blöd so jetzt. Aber wir nutzen die Zeit und farmen einfach ein bisschen Stein und so. Weil wir müssen leveln. Guck mal. Einen Stein hauen. 30 XP. Hatte doch gerade noch 60 dort stehen, ne? Aber es gibt immer einen Bonus noch, wenn der Haufen ganz abgebaut ist, ne? Das heißt, wir ballern jetzt einfach ein paar Steine. Bauen uns ein paar Steinhaufen. Yes. Er muss ja sowieso ein bisschen Ausdauerlevel den Kärlchen, ne? Komm. Was war noch mal für Ausdauer? Max Gesundheit hätten wir hier. Ne, der Droh will ich nicht essen. Zu essen, oder was? Da kann man mal essen. War die Wassermelone nicht? Der gebratene, der gegrillte Kürbis und die Grillkarotte ist, glaube ich, mega gut. Ja, weil das würde ja Sinn machen, für ein bisschen mehr Ausdauer zu haben. Im, 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 im Dings. Im Grill. Im Grill. Aber Leute, findet ihr nicht? Die Grafiken, die sind so nah, der Hammer. Ich finde auch die Art, wie ihr abbaut. Ja, sie ist ein bisschen unrealistisch, aber sie ist trotzdem geil gemacht. 70 Kilo. Ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Tja. Ist ja interessant, Leute, ne? Ein Steiner Knoppen für Profis. Ja. Übung macht den Meister, wie man so schön sagt. Aber, Moment. Die können wir ja doch schon herstellen, die Steine, ne? Ja, guck mal hier. Gehen da nicht noch ein paar mehr? Ne. 100 Stück, war schon nur 4. Okay, okay. So cool, 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 cool. So. Wir setzen die Male dahin, ne? Ja, ist wurscht. Müsst ihr eh die Nacht rumkriegen. Ja, ist super, von der Grafiken und die Geräusche sind auch gut umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also, die haben sich da richtig Mühe gemacht. Und gefühlt, Leute, kommt fast jede Woche ein Update raus von dem Spiel, ne? Ja, die sind richtig aktiv an dem Spiel. Immer noch am Arbeiten und am Verbessern und so. Ja, ja, ja. Und ist auch gar nicht mal so teuer gewesen, ne? Ne, ich glaube, wir haben es über einen Dings für 13 Euro oder so gekriegt, ne? Ja. Über irgendeine andere Seite, ein Code. Aber es ist immer mal wieder im Angebot. Komm, schneller Ausdauer. Also, wir gehen mal gucken, mal kurz in den Grill. Und da vielleicht, wie die Jute Sarah gesagt hat, hier eine Grillkarotte. Max Ausdauer, ja, hast recht. Boom. Zwar auch Projektilschaden, aber guck mal, ob die Kürbisse jetzt noch wieder gehen. Versuch mal, das Feuerchen anzumachen. Ja, das ist burn, das regnet ja nicht mehr. Die Kürbisse sind nämlich gut. Na, man kann's sagen, wo ist denn mal ein Steinhaufen hin? Ja, ja, ich hacke halt hier vorne direkt. Wir brauchen ja eh Platz, ne? Ja, und wir brauchen die Steine ja eh. Also, wir müssen sie einfach ein bisschen Zeit lassen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für euch, ne? Man kann sich auch schönes vorstellen, wie nur wir ein bisschen grinden. Aber ich hatte sie angekündigt, ne? Also, soll mir jetzt keiner hier so kommen, ne? Wir müssen die Nacht ja eh hinter uns bringen. Weil es bringt ja auch nichts, hier rumzurennen. In dieser Dunkelheit. Man sieht einfach nichts. Ist halt so. Nee, gar nicht. Das bringt wirklich gar nichts in das Spiel, weil es ist sehr, sehr, sehr dunkel in der Nacht. Ja. Und ich freue mich wieder, wenn es in die Höhlen geht. Vielleicht schafft man die in dem heutigen Stream noch, aber mal, glaube ich eher nicht. Aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Mal gucken. So. Weg. Extra XP. 840 extra XP. Also, das finde ich schon eine gute Sache. Komm, ich helfe dir mal hier. Nee, aber lass mich den bitte zu Ende abbauen für meinen Extra-Bonus. Entschuldigung. Dann will man mal nett sein hier. Ja, alles gut. Ja, ist ja gar nicht nur umso schöner kann ich später einschlafen. Ja, ja. Ist mir schon klar. Gegenstand kaputt. Ich soll es mal reparieren. Ja, aber Sunny, es geht nicht mehr bis 10. Wir spielen nur bis 9. Und dann hören wir auf. Wir machen jetzt immer von 6 bis 9. Weil man merkt das immer. So, wenn man zu lange in der Woche zockt, dann, äh, viele Leute haben keine Lust mehr. Oder sind am Pennen wie du. Äh, geht ja nicht. Also nicht schlafen, während ich nicht zocke. Doch, kenn ich. Äh, ja. Was sind schon Brocken, ne? Man müsste sich ja eine für kleinere Steinhaufen suchen. Sonst schneller den Max XP erreicht. Also, ne, den, 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 diesen End XP. Nennen wir es mal. Ja, vor allem hier bei dem hier. Äh, hier ist noch jede Menge irgendwo im Boden drin. Und ich finde es einfach nicht. Äh, normalerweise wird ja immer die Spitzhacke angezeigt. Ja, ja. Aber da musst du halt über den Boden erstmal weiter mit der Spitzhacke suchen gehen. Ja. Ja, aber ich finde auch, dass eine Fransch ohne gute Zeit ist. Da kann man auch super runter. Man kann ein bisschen einfach noch entspannen. Aber jetzt ist er überladen, den Kerlchen. Pass auf. Machen wir noch. Sobald's dunkel, äh, sobald's hell wird, gehen wir wieder auf Reise. Man hat doch, na doch du hast den Kleinen, ne? Der Bürstle hat er. Der Bürstle. Der Johnny. Ich hab auch Durst. Überwettlich krieg ich die parasitäre Vergiftung hier. Ich hab's doch nicht gekriegt. Ha, 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 ha. Ich auch nicht. Gut so. So, irgendwo hier war der Stein doch, ne? Ja, hier. Leute, wir haben's gleich geschafft. Obwohl, das ist doch Blödsinn. Wir haben hier erst, äh... Ne, doch, doch. Guck, ey. 20 vor 1 haben wir schon. Wird, wird, wird. Aber Schlafsack könnte ich auch schon herstellen. Aber ich glaub, du brauchst ja dafür... Der muss aber wirklich unter dem Dach, glaub ich, gell? Und Lagerfeuer. Und Lagerfeuer, ja. Aber... Wir sind ja noch super nah an unserem Spawn. Von daher passt das. Ach, doch fällt Leder. Ja, wir haben noch nicht genug Leder dafür. Noch nicht. Aber ich frag mich, wenn du jetzt auf hart startest, wie du überhaupt die ersten Nächte überlebst. Tja, ist eine gute Frage. Wir sind doch am Weglaufen. Ist das so ein scheiß Vogel? Hm. Nicht so cool. Ja, ist kaputt. Warm. So, da gucken wir mal... Ob wir hier noch schnell... ...leinherstellen können. Rüber. Packen wir den noch weg. Ah, ich liebe... Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Weil man muss sich wirklich ein bisschen Zeit lassen. Man kann hier nicht einfach so... ...durchwaschen. Das geht einfach nicht. Man muss diese... ...verschiedenen Etappen einfach durchleben. Und wir haben ja eine Fackel. Komm. Und Messer. Und dann Kea, der da oben rumfliegt. Trefft man den? Oh, das sehe ich es ja nicht mehr, ob ich den treffe. Kannst du... Ne. Ja. Entspannen. Kann er den Bogen nicht? Wie weit sind wir... Pass auf. Ich wollte mal gucken. Weil... Ich muss euch ein bisschen Teillaben hassen. Äh, Teillaben hassen vor allem. Ja, ne. Wir haben zwei Leder. Das bringt ja gar nichts. Ich hätte jetzt gerne mal geguckt, ob wir ein Dings bauen können. Ein Schlafsack. Ne. Vergammeln können wir reinpacken. Die Essig. Fleisch können wir... Ne. Braten. Die Kohle nehmen wir raus. Und das Verdorben nehmen wir auch... Oh, geil. Kürbis. Super. Lecker Schmecke. Na, wir versuchen doch direkt von vornherein ein bisschen Ordnung zu halten in den Kisten. Weil... Na, verdorbenes Fleisch. Ja. Na ja. Hatten wir nicht irgendwo eine Lederkäste hier? Komm. Weil die Fasern könnten wir auch da... Guck mal, hier sind die auch schon in die Kohle schon drin. Ist das super. Ist doch geil. Ja, die hatte ich schon aus dem Lagerfeuer rausgeholt, weil die nimmt ja immer so viel Platz da weg. Ja. So, Moment. Brauchen wir noch was zu essen. Eins, zwei, drei. Ist gut. Passt. Man hört die Wölfe, ne? Aber wo sind sie? Ehrlicherweise würde ich es gerade gar nicht so genau wissen. Ja, ich aber. Ja, weil du sie schupen willst. Aber... Hallo. Erkrank. Ist doch geil gemacht, ne? Wie ihr das Holz so hackt. Ist im Endeffekt schon sehr nah... Also, sehr realistisch im Endeffekt, ne? Natürlich geht es nicht so schnell. Aber guck, erst mal entastend. Macht Sinn. Würde man ja auch machen. Und dann spalten. Meterstücke, wie das aussieht. Ist ganz okay. Kann man nicht klagen. Ey, aber ganz im Ernst. Mach Bäume. Meinst du es besser? Ja, es ist viel besser. Was passiert hier? Wer gönnt sich hier ein Abo? Vielen Dank für dein Follow, Clarissa Breen. Ich hoffe, es war richtig. Und danke. Und willkommen. Also, für unsere erste Hütte haben wir auf jeden Fall schon mal genug Stein. Aber du hast ja recht, Holz brauchen wir ja auch für die Hütte. Ja. Ja, das geht wesentlich schneller. Das geht wesentlich schneller. Okay, sehr cool. Wenn man kriegt es pro Ast ins der Hax... Also, kaputt Hax kriegst du 100. Ja, sehr geil. Sehr, sehr gut. Achtung, Baumfell. Ja, das ist auch so eine Mechanik im Spiel. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man die Bäume wirft. Weil, wenn die auf Sarah drauffallen beispielsweise, ist sie hinüber, ne? Also, man kriegt gut Damage davon. Und je nachdem, wie viele Bäume man tatsächlich im Wald rumschmeißt, fallen die ineinander. Und die fallen dann gegenseitig... Also, gegenseitig schmeißen sie sich dann um. Also, es ist schon... Cool gemacht. Es ist schon sehr viel Realismus drin, ja. Ja, finde ich auch. Ja, weiß noch, letztes Mal, dass wir unterwegs waren und ich den Baum auf den Kopf gekriegt habe, ne? War ja auch okay. Ja, ist normal, ne? Ja, machen wir ja jeden Tag so. Ja, klar, klar, klar. Jeden Tag mache ich das. Hau ich dir Bäume auf den Kopf. Richtig. Aber jetzt mal Real Talk. Wir gehen ja relativ viel immer in die Wälder spazieren mit unseren Tieren. Und mittlerweile sind die Wälder bei uns tatsächlich sehr, sehr schlecht aus, ne? Also, viele Bäume liegen rum oder sind kurz davor umzukippen, weil sie irgendwo in einem anderen Baum drin liegen. Also, das ist schon nicht so geil. Und vor allem haben wir noch ziemlich große Teile des Waldes, die tatsächlich mit dem Borkenkäfer befallen sind. Und die stehen auch schon seit zwei Jahren rum und keiner macht sie weg. Und das ist halt nicht so cool, ne? Aber ist ja nicht mehr im Wald, ne? So! Ach, ist das schön! Es gibt auch nichts Geiles, wie eine Nacht durch zu ackern, ne? Also, ich bin überladen. Aber weißt du was? Ich packe die einfach hier aus. Mir ist das egal. Mal Max im Stück. Super. Komm, direkt mal auf die sechs. Max aus. Ich stapel die jetzt so hoch. Dass ich die von da hinten sehe. Oh, guck mal hier, den Planet. Scheint durch. Das ist geil. Ja, vier krieg ich schon. Was ist? Meiner! Wo haben wir sie? Yes. Cool. Bitte, haut. Ah, ich kann... Aber ist so schon wieder so typisch Mensch hier, ne? Wir hacken alles klein und machen alles platt und so, weißt du? Normal. Man muss ja ein bisschen hier freie Fläche kriegen. Ist auch sehr interessant, wie die Bäume in diesem Spiel nachwachsen. Dieser Stumpf wächst einfach wieder so in die Höhe. Natürlich nicht realistisch, aber ich finde die Idee sehr gut. Und im Gegenzug zu anderen Spielen, die dann einfach... Ja, da steht ein kleiner Baum, mittleren Baum, großen Baum. Ist ja auch okay, so wäre es ja auch in real life. Aber ich finde diese Mechanik, die sie hier eingebaut hat, ist sehr geil. Es gibt viele, viele Sachen hier in diesem Spiel, die wirklich richtig gut umgesetzt sind. Aber ich bin ein bisschen gehyped bei dem Spiel, müsste ich sagen. Wirklich. Ja, ich aber auch. Es ist wirklich richtig gut. Einfach. Ja. Okay.